Und auf geht's. Ähhh... 1, 3, 4, 5... Nach 31 ist das? Entscheidung. Damit hat gerade noch geflacht sein Bild. Okay. Wir lassen uns veranraten. Okay. Komm, Männer. Hopp. Wirst wohl kein Schneelicht, kann gelaufen werden. Hopp, hopp. Komm, still. Wir haben jetzt aber lang gebraucht. Da waren die Mädels manchmal schneller, oder? Was aber auch nicht vielleicht besser ist. Was? Was auch manchmal vielleicht nicht besser ist. Hopp, hopp. Zieh durch. Ja, Leute. Zieh durch. Komm, hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Da ist Olli. Alles klar. Alles klar. Bernd, nochmal alles geben. Bernd, komm. Komm, Bernd, nochmal. 50 Meter, Bernd. 40 Meter, 20 Meter. Komm, Bernd. Da rüber, 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 rüber. Komm, komm, komm. Rüber, rüber, rüber. Ja, schön. Da ist das Ding. Ja. Yes. Jetzt, Bernd, ganz starke Leistung. Du bist doch nicht bereit für ein Interview, oder doch? Nein. Doch. Wortlos. Na, Julian, bist du sehr, sehr stark. Stark. Bist du der neue Kapitän, kann das sein? Lennart, kann das sein, dass du der neue Kapitän bist? Richtig, sag ich auch. Ob du der neue Kapitän bist? Du bist ja total dreckig. Richtig? Schön. Glückwunsch. Ja, Herr Förstner, die Kapitänsbinde ist weg. Egal. Wer war ein Erster, jetzt sage ich. Lennart. Geil, oh Mann. Das war auch unfair. Wo ist den letzten Meter? Ja, das Ziel kam zu überrechnen. Ja, entweder du bist Erster oder nichts. Oder nicht. Stark, Männer. Das Ziel kam echt zu schnell. Das kam plötzlich, wenn man schon den Schlussfluss hier hoch machen kann. Wollen Sie uns fragen, wie die Rechte? Ganz stark. Das ist schön luftig. Also schön dankbar. Weiter, weiter. Lukas komm, zieh, 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 ziehen. Dann ist Lukas zieh, komm, 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 komm. Lukas zieh. Los, durch, weiter, 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 weiter. Losゆ顫, komm, ich zieh. Komm, ich zieh, 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 zieh. Platz, gewink, gewink, weiter. Durchziehen. Los sauf. Vamos weiter noch ein Stück. Los, komm. Sehr gut, sehr gut. Oder sind die Mädels auch gleich dran? Sind das alle? Los, komm! Gas geben! Los! Durchziehen! Durchziehen! Los! Los, Mädels! Mach das! Ich hab jetzt aber! Gas hier! Hop, 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 hop! Lauf, 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 los, komm! Komm, komm! weil die Kamera vorher schräg war. Ja, sehr gut. Optimal.